Möchten Sie, dass ich Ihnen die Beichte abnehme? Wenn Sie Gott um Vergebung für Ihre Sünden bitten möchten, dann drücken Sie meine Hand. Christies Sohn Dylan wurde unter unheimlichen Umständen in ihrer Hochzeitsnacht gezeugt. Als sich der Zögling durch verstörende Fähigkeiten verdächtig macht, glaubt die junge Mutter nicht an die Warnungen, der Teufel könne sich mit der Unschuld eines Kindes taten. Ich habe es bekommen, als ich so alt war wie du. Du weißt, was wir jetzt machen müssen. Als eine englische Inselgemeinde die Herrschaft von Dylan herbeisehnt, droht eine apokalyptische Katastrophe. Du hast meinen Sohn ans Kreuz genagelt. Dieser Mann und Elisabeth Plummer haben ihr eigenes Kind geopfert. Sie halluzinieren, Ma'am. Ein Satanisten-Thriller als Mix aus Der Exorzist und Das Zweite Gesicht aus dem Jahr 2000 mit Laura Harris und Alex Rowe. Dylan! The Calling The Calling The Calling Vielen Dank.